Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Welcome or welcome back on my channel. Mein Handy ist immer noch kaputt, deswegen gibt es heute noch mal ein schnelles Video. Ich hoffe, es wird bald repariert und ich kann wieder richtig Videos drehen. Mein Intro ist weg und ja, alle möglichen Sachen laufen gerade etwas schief. So my mobile is still broken. I hope they fix it very soon. My intro is not on this phone anymore. I have an old, kind of old, slow phone right now. Well, I hope they fix it soon and I can do my videos as usual. So I have this Bauble Mold from Heiko. I link everything in the description box. And I just want to create some Christmas Baubles in like white and mint color. Ich habe hier nochmal die Form von Heiko. Verlinke ich euch alles in der Beschreibungsbox. Und ich dachte mir, wir machen noch ein paar Weihnachtskugeln gerade. Ich habe hier einmal ein Permutt-Ton, ein Weiß-Ton und einmal einen Mint-Ton. Den Mint-Ton habe ich mir aus einem Türkis von Dipon und Pearlizer Pearl zurecht gemischt. Und das Weiß ist Pearlizer Pearl. So my colors, this is from Dipon, the Pearlizer Pearl. It's a pearly color. And the mint is a mixture. I took some random turquoise color I had from Dipon and mixed it with the Pearlizer Pearl to lighten it up to get this mint color. And now I just filled in those little divots on the top of the Bauble. And now I'm filling in some clear resin. These molds are quite shallow. So I'm really careful not to overfill my mold with the clear resin. This wasn't enough. So I kind of struggled a little bit. I had to add a little bit more of the clear resin to get the bottom covered. I will speed up this part in a second. Also ich habe mir diese Vertiefungen für diese Weihnachtskugel oben mit dem Mint aufgefüllt. Die ist ein bisschen tiefer als die restliche Form. Und mache jetzt etwas klares Harz rein. Die Form ist relativ flach. Und ich habe natürlich jetzt erstmal ganz vorsichtig nur ein bisschen Harz reingemacht. Weil ich natürlich nicht mit dem klaren Harz die ganze Form füllen wollte. Es war zu wenig. Ich fülle gleich nach. Also ich beschleunige das jetzt gleich mal gerade. Und ja, einmal gerade den Boden sozusagen bedeckt. Mit klarem Harz. Ich gehe auch einmal kurz mit dem Heißluftfön drüber, um die Bläschen kaputt zu machen. Um das Harz ein bisschen aufzuwärmen. Bunsenbrenner würde ich euch hier nicht empfehlen. Weil das Silikon liegt blank. Und wenn ihr da mit dem Bunsenbrenner zu stark drüber geht, macht ihr euch die Silikonform kaputt. So just take my heat gun to warm up the resin. Pop any bubbles. Don't take your torch because you have the silicone. There is no resin on some spots. And you can really easily burn your mold with a torch. So now I'm going in with my pearly color. And with a thin stream. So you get those, you can see it, those wiggly lines. I really don't want to have like straight lines. I want them to be like little circles. And I just go in with my white. And then I do the same with my mint color. And then I found out that I don't have enough resin. So I repeated the step and filled up my mold. And thankfully it wasn't, it was enough. In the end it was exactly enough resin. I mixed up about, I think it was 90 grams of resin. So for those molds, a hundred is perfect. Also ich mache jetzt hier mit einem so einem dünnen Strahl, wie ihr sehen könnt, so eine Spirale. Gucke, dass ich wirklich nur auf den Stellen bleibe, wo ich schon Harz habe. Deswegen seht ihr unten rechts so eine kleine Delle da drin. Da ist kein Harz an der Stelle. Und da will ich nicht mit meinem Permut drauf oder meinem weiß Schimmernden drauf. Und ich mache das Ganze in einem ganz dünnen Strahl. Und ihr seht, dass das dann so, das kräuselt sich so ein bisschen. Das werden keine klaren Linien. Sondern ich möchte die wirklich so wie so ganz kleine Spiralen haben. Deswegen gieße ich ganz langsam in einem dünnen Strahl. Mache das gleiche jetzt auch noch mit Mint. Moment, ich habe diese Form vorher nicht ausgemessen, wie viel Harz ich wirklich brauche. Ich habe, glaube ich, war das 90 Gramm? Das muss ich gerade selber überlegen. Ich glaube, 60 Gramm habe ich abgemessen. 60 Gramm. It was 60 Gramm resin, not 90, 60. 60 Gramm Harz. Und 60 Gramm ist ein Tacken zu wenig. Also ihr könnt bei der Form, glaube ich, gut 70, 80 Gramm Harz anmischen. Bei mir war es ein bisschen eng. Es hätte noch ein bisschen was reingekonnt. Aber es hat trotzdem funktioniert, also alles gut. Ich gehe jetzt mit dem Mint drüber. Und ihr seht, da unten rechts wieder, ich bleibe von dieser Stelle fern, wo kein Harz ist. Sonst bleibt euch das Mint, die Farbe sozusagen an der Silikonform kleben. Und ihr kriegt keinen Effekt mehr damit hin. Deswegen auch diese klare Schicht vorab. Und ja, Spirale. Und dann mache ich ein Klecks klares Harz in die Mitte. Und dann machen wir das gleiche nochmal. Also, da einmal jetzt gerade klaren Klecks rein. Diesen Schritt müsst ihr nicht machen, wenn eure Form jetzt schon voll ist. Dann seid ihr quasi schon fertig. Da meine Form noch nicht voll ist, mache ich das gleiche nochmal. Also klares Harz in die Mitte. Und jetzt machen wir nochmal in diese klare Stelle, mache ich jetzt nochmal ein bisschen von diesem Permut rein. Ein bisschen von dem Mint rein. Also ich wiederhole quasi die Schritte nochmal. Schön in einem dünnen Strahl wieder. Und so lange, bis die Form quasi voll ist. Hier könnt ihr gerade noch ein bisschen zugucken. Ich beschleunige das. Ganz zum Schluss mache ich noch ein Klecks klares Harz rein. Und da ich immer noch ein bisschen Harz über habe und meine Formen immer noch nicht ganz voll sind, mache ich einfach in die Mitte so einen kleinen weißen Punkt noch rein, den man nachher auch sieht. Das ist wirklich ganz süß. So, I used every tiny bit of resin I had left. And you can see the clear center. And I'm just making a white, kind of a white dot in the center. And then we are ready and let this cure. Okay. Es ist der nächste Tag. Wir können in Formen und schaut euch mal das Ergebnis an. Ich finde die total süß. So, it's the next day. Ready to demold. And look at the result. I really love those colors. I love mint and I love those pearly colors. So, this is the result. I will give you a close-up in a second. And then you can see the effects a little bit more. Also, ich zeige euch jetzt gleich nochmal in der Nahaufnahme, wie das Ganze aussieht. Ich liebe ja diese Farben. Ich finde die total schön. Und ja, ich zeige euch jetzt erstmal ein Close-Up. Ich hoffe, dieses kleine kurze Video hat euch gefallen. Man kriegt einfach super schöne Effekte und die sehen richtig, richtig nett aus, finde ich. Ja, hinterlasst mir wie immer sehr, sehr gerne einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. So, I hope you like this short little video. Cute little effects in Christmas baubles. And as always, leave me a thumbs up, subscribe to my channel. And I will see you in the next video. Bye, bye. Bye.